Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank zur Bauer. Ja, Rechthaller, diese Bewegung lässt sich nicht mehr einspannen und nach Nützlichkeitsgesichtspunkten zurichten auf Parteiinteressen. Das haben viele von uns, die allzu viel vertraut haben, wieder lernen müssen, dass es darauf ankommt, sich auf die eigene Kraft zu verlassen, die eigene Unabhängigkeit zu wahren und den Spieß umzudrehen und der Politik und Politiker und Parteien danach zu beurteilen, ob sie für unsere Interessen als Bewegung nützlich und loyal sind oder auch nicht. Das ist eine wichtige Situation. Und kritische Beobachter wie Joe Bauer werden uns immer wieder daran erledigen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben wirklich unterirdische Verhältnisse. Dieselben Herrschaften dieser ehrenwerten Gesellschaft erzählen uns und den Kolleginnen im öffentlichen Dienst, den Erzieherinnen, den Krankenschwestern, den Müllmettern, dass für ihre Tarifförderung nach 100 Prozent für alle plus 3,5 Prozent kein Geld mehr da sei. Der Bürgermeister Wölfle hat im Morgenmagazin der ARD erzählt, er wüsste nicht, woher er das Geld nehmen soll. Wir wüssten das schon. Das, meine Freundinnen und Freunde, ist doch einfach unverfroren, einfach nur unverfroren angesichts der größten Verschwendung aller Zeiten namens Stuttgart 21. Und deshalb möchte ich Sie und Euch bitten, die Kolleginnen und Kollegen von Verdi am kommenden Mittwoch auf dem Marktplatz zu unterstützen um 12.15 Uhr bei ihrer Kundgebung. Denn Verdi steht von Anfang an gegen Stuttgart 21. Viele Kolleginnen und Kollegen haben bei ihrer Streitkundgebung letzte Woche unsere Bürgerbegehung unterschrieben. Und am kommenden Montag wird hier auf der Montagsdemo Hudo Hägele, der Geschäftsführer von Werdi Stuttgart, sprechen. Die Demo-Route führt uns jetzt wie vergangene Woche über den Schlossplatz, die Friedrichstraße zur Laudenschlager Straße und am Ende die heutige Montagsdemo. Bis spätestens kommenden Montag, also bei der 216. Montagsdemo mit dem Verkehrswissenschaftler Prof. Heiner Monheim und dem Geschäftsführer von Werdi, Kuno Hägele, oben bleiben. Ich habe noch was vergessen. Vielleicht könnt ihr das beim Weglaufen noch im Hinterkopf ablegen. Morgen findet in Sillenburg, im Geschwister-Schall-Gymnasium, eine Veranstaltung mit Hans Heidemann statt. Am Mittwoch, dem 26. März um 19.30 Uhr zum Thema Stadtbahnchaos. Bitte nehmt auf den Weg mit, dass am Mittwoch Streiktag von Werdi ist und bemüht euch entsprechend anderweitig zu dieser Veranstaltung am Mittwoch mit Hans Heidemann um 19.30 Uhr zu kommen. Danke euch. Danke euch.